Hallo Welt, da sind wir wieder, hier bei unserem Dino, Mausi und Sarah ist auch dabei und Prometheus ist auch dabei. Seid gegrüßt, ihr beiden. Hallo Richie, hallo Prometheus. Hallo ihr zwei. Ja, und unser Mensch schläft heute. Ja, Borstenmaul hat leider ein technisches Problem zu Hause, deswegen wird er heute leider nicht dabei sein bei der Aufnahme. Aufnahme-Session. Ja genau, bei der ganzen Sitzung, das heißt die nächsten Folgen werden dann ohne ihn sein. Aber ich denke, wir können ein bisschen was vorbereiten und wenn er dann wiederkommt, dann kommt er hier in ein riesiges Camp. Schaffen wir das. Ja, das Häuschen müssen wir noch fertig machen. Das Häuschen, das wird ja ein Riesenhaus. Ja. Äh, Kisten, okay. Habt ihr genug Kisten? Ja. Gut. Wir wollen... Oh, ich hab... Ja, ich hab lange Haare. Oh. Ich muss erst mal wieder reinkommen. Äh. Hm. Hm. So. Hm. Was steht hier? Ach, kannst du die Waffe bitte weglegen? Danke. Was ist denn mit Maus los? Was ist denn mit Maus los? Da ist was mit drin. Ich hab noch Holz. Was machen wir denn heute Schönes? Äh. Das Haus fertig machen, aber ich muss mal eben... Ich komm nicht mehr in mein Menü. Wie war das denn noch? B, A... Mit I, glaub ich, ne? Ja, ich spiel ja mit dem blöden Gamepad. Ach, stimmt. Ja, richtig. So, ich hab noch ordentlich Holz. Das können weg. Ja. Stroh. War das nicht mit X? Ach, man sollte doch vor meinen... ...schauen. Nein. Ich hab das auch nicht. Nicht spoilern, nicht cheaten, nicht mogeln. Wir machen das richtig. Ich hab schon rausgefunden, dass ich mit E Fasern einsammeln kann. Oder? Ja, vier Fasern. Ja. Äh, Optionen, Controller... Nee, Optionen... Ich will doch nur... Können wir Borstenmaul aufheben und in ein Bett legen? Ich hab's schon versucht. Leider geht das nicht. Ich hab versucht, wegzuschleppen, aber... Oh, hat das einer gesehen? Nein. Ich schreibe das nachher raus. Warum blutet Borstenmaul denn? Also, bitte. Ich wollte ihn ganz sanft aufheben. Ja, wenn das sanft ist, möchte ich nicht wissen, was grob sein soll. Ich bin nicht grob. Nein. Aber ich glaub, man kann ihn wirklich nicht aufheben. Oh, doch. Ach, oh gut. Aber wohin damit? Ins Bett. Haben wir doch noch nicht. Ins Haus. Ins Haus legen. Nein. Das ist aber wenigstens geschützt. Oh mein Gott. Gibst du, das war Absicht. Wo ist er hin? Borstenmaul Weitwurf. Der liegt hier unschön. Das sieht nicht bequem aus, was er da macht. Ich sehne nicht mehr. Tut mir so leid. Hier bei mir. Wie hast du ihn aufgehoben? Wenn man lange E drückt, bekommt man mehr Auswahl im Optionen in diesem Menü. Genau. Oh, Arm verdreht und ich seh's. Ja, es ist furchtbar. Okay. Ich guck mir das. Ach, du machst keine Aufnahme, oder? Nee. Sarah, ich hab ja einen Borstenmaul für dich. Okay. Ich wollte mal eben Nahrung. Es sieht sehr schmerzhaft aus. Aber es schläft ja im Ernst. So, wir haben noch kein Bett. Oh, Moment. Jetzt muss man nochmal auf den Körper zeigen und dann nochmal E drücken. Dann lässt man eine fallen. Okay. Ja, genau. Das geht mit allen. Mit Fischen, wenn man die fängt und so auch. Aha, ja. Da liegt er doch etwas besser. Geschützt. Man kann ja auch, obwohl der läuft ja nicht, der Server, aber wenn man das auf einem Server macht, der immer läuft, da kann man auch angeknabbert werden. Also, wenn man schläft, ist nicht angenehm. Holzkäfig, Holzschild, Zement, ich bin gerade am gucken, was ich da machen soll. Kriegstrommel, ich, Tessaurus, schräges Holz, Dach. Ja, lernen wir das doch. So, wie, äh, wo, äh, was? Ah, nee, ich, ich muss, ich bin hier. Ein Lederhemd. Oh, ist ja nicht schlecht. Gut, äh, ich kümmere mich mal hier, ich weiß gar nicht mehr, wie und wo und was. Was haben wir denn hier vor? Ah, wir brauchen Wände. Genau. Ach so. Dann machen wir doch Wände. Wände, Platz hier. Holzwand. So. Hier hin. Gut. Und dann, Herstellung bitte. Ach, hey, warum sind meine Wasserschläuche leer? Die verlieren nach einer Zeit ihr Wasser ganz, ganz automatisch, leider. Das ist leider so. Die anderen Sachen, die man bekommt, bauen kann später, die halten das Wasser, aber die, die, ja, das verschwindet nach einer Zeit. Die sind undicht. Ich hab noch Saat. Sarah, du bist unsere Baumeisterin. Was brauchst du? Ja, Holz. Hm. Hier ist kein Holz mehr. Noch ein bisschen was. Könntest du mal bitte den weglegen? Danke. Warum wachsen hier keine Bäume? Der Server läuft ja nicht, während wir weg sind und dann wachsen auch keine Bäume nach. Also wenn wir jetzt was, sag ich mal, fünf Stunden spielen würden, dann würden auch wieder Ressourcen nachwachsen. Das ist halt, ja, aber es sind ja da drüben noch eine Menge Bäume. Haben wir nicht ein Lager mit Holz irgendwo? Ja, Holz ist hier noch eine Menge drin. Das ist hier hinter dem Haus. Richtung Lagerfeuer. Wir hatten ja so viel. Genau, ich hab auch schon einiges wieder reingepackt. Das ist Stroh. Ich werde überladen sein, aber das ist mir wurscht jetzt. Dann bitte wieder ins Menü. Herstellung. Das ist schön heute mit dem Menü hier, oder? Ja. Wieder zurück zum Inventar, dann hätte ich doch gerne... Gut. Hm. Da ist Öl. Da kommst du jetzt etwa? So. So, so, so. Wieso? Ich ärgere mich nicht. Komm hier rüber. Darüber. Los. Ich will aber Holz. Komm her. Hm. Ja, also bitte jetzt einzeln, oder was? Na gut, da kenne ich natürlich die Taste nicht bei dem Controller, ne? Ja, ich bin hier mit, äh, jetzt gerade mit der Maus zugange. Ah, okay. Aber, ich krieg das nicht in mein Inventar rein. Ach, vielleicht war ich zu voll dann genauso. Dann auf herstellen. In sein, stimmt. Ich besorgte noch mal Fisch. Oh, Stroh. Stroh bekam ich von Bäumen, oder wie war das noch? Ich hab's vergessen. Stroh mit der Spitze. Ja. Genau, Stroh muss da aber auch in der Kiste noch sein, also. Aber, schauen wir mal, wo. Dann Inventar ist so schwer. Ja, komm jetzt. Fasern? Wo? Da ist Stroh. Fasern, da haben wir eine Kiste. Genau, ja. Oh, das scheint voll zu sein. Komm ich heut nicht, komm ich morgen. Ich mach mich verdannen. Stroh bitte. Danke. So, ich mach mal wieder ein bisschen Futter. Gut. Dann herstellen. Schon wieder bin ich... Okay. Ähm... Äh... Äh, Quatsch. Falsche Taste. Oh, oh. So viel? Oh, ich muss... Ich muss da hochkommen. Oh, oh, oh. 16. Also es wird grün angezeigt, aber lässt sich nicht platzieren. Was soll das? Hm. So. Gewusst wie. Hm. Grafik ist so schön. Also ich... Ich könnte stundelang nur sitzen und gucken. Also das ist echt, also... Erstaunlich. Aber ich wollte ein paar Steine sammeln. Da... Nee, das ist Pflanzen. Stein. Hm. Und da fehlt es mir schon wieder an Material. Aha. Ich muss wieder... Zu Kischt. Zu Kischt. Mhm. Zu Kischt. Holz. Holz. Ah, ich mag den Akzent. Allgemein gesagt jetzt... Ich finde Akzente toll. Ja. So. Ich hab gar keinen. Ich auch nicht. Hätte gern ihn. Aber nee, ich bin ja Niedersachse und aus dem hochdeutschesten Raum. Sag ich mal so. Ganz falsch gesprochen. Ach, ich weiß nicht. Ich glaub, das ist... Egal. Gehört dazu. Jeder Akzent hat seine Berechtigung. Die Kisten sind total unaufgeräumt. Ja, meh. Was hast du denn gemacht, Ritschi? Ja, ich weiß nicht. Hier sind alle möglichen Sachen drin, aber... nicht das, was auf dem Schild steht. Ich räum' da jetzt auf. Da sind nur Beeren drin, ne? Seh' ich gerade. Oh, jede Menge Beeren. Ja. Ja. Und dein Ei. Ein Dodos. Ein Dodos. Ja. Was hat das da drin verloren? Das weiß ich auch nicht. Das müssen wir ausbrüten. Na, das ist leider nicht bebrütet. Oder das ist nicht befruchtet, aber... Dodos sind allgemein sehr rar im Moment hier. Ich hätt' gern ein. Ich brauch' Leder. Leder hatte ich gerade. Ich weiß aber nicht, woher. Ich konnte einen Wasserschlauch herstellen. Äh... Wir haben irgendwo Leder gehabt. Ja, das weiß ich nicht. Wir waren ja letztes Mal sehr fleißig, was Leder angeht. Steine hab' ich irgendwo Steine oder so? Da müssten Kisten mit Steinen sein, ja. Ja, ich wollte was reinpacken. Ach, die sind schwer. Ja, ja, das stimmt. Die stören. Das ist richtig. Ja, ich möchte es gerne darüber... Stapel. Nein, ich will nicht Stapel-Teil. Hallo, ich möchte diesen... Hm. Hat jemand Interesse an einem Kotkügelchen? Äh, in die Düngerkiste. Ja, ach, die ist da hinten, ne? Düngerkiste? Ja, 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 ja. Da bei dem Feld irgendwo. Hm. Ja, ich und die Steuerung wieder. Ja, gut, das mit der Steuerung kann ich ehrlich gesagt mittlerweile nachvollziehen. Wenn man so ein paar Monate oder, sagen wir mal, Wochen aus dem Spiel raus ist, das fällt einem wirklich schwer. Wie schiebt ihr diese... Ach, okay, schon gut. So, das ist... Wie ihr das darüber schiebt, die Steine, ist schon gut, ich hab schon kapiert. Einfach mit der linken Maustaste festhalten. Dann klappt das auch mit dem Nachbarn. Oh, Entschuldigung. Mausi hat eine sehr gute Verdauung. Haben wir irgendwo eine Kiste für, sagen wir mal, unseren, die Brille und... Ja, da drüben, tatsächlich am Strand, da ganz hinten drüben, aber ich glaube, die kann das auch genauso gut wegwerfen. Die sind, glaube ich, immer da drin, die Sachen und... Ja. Irgendwie gibt das... Guck mal. Das verschwindet nach einer Zeit, also dann ist es... Hier ist alles durcheinander. Dureinander? Alles durcheinander. Saatgut? Und wo ist die Düngerkiste? Hier ganz rechts war die... Oh. Keine Dünger. Hier ist in der zweiten Kiste ganz viel gewesen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, das ist... Ich brauche das auch nicht. Äh... Ich gieße noch ein paar Steine. Ich gieße noch ein paar Steine. Zack. Hm. Wieso kriege ich diese... Normalerweise müsste man die eigentlich in die Kiste packen können oder wegschmeißen. Ich weiß es nicht. Fallen lassen. Ja, aber mit welcher Taste bei der... Oh. Also bei euch ist Oh. Ja. Genau. Bei uns ist es das Oh. Ja. Genau. Aber auf dem... ähm... Gamepad? Weiß ich nicht. Oder... Pad oder wie das? Controller heißt das, ne? Oh, ich verdurste. Hm. Oh, ich verhungere. Hm. Oh no. Alles auf einmal. So. Verdorbenes Fleisch? In Mausi? Ja, das können wir in den... in diesen Mörser packen. Für die... Schön ausbrüten. Für die Betäubungsmittel. Wo war denn der nochmal? Der war doch hier irgendwo, ne? Hier. Genau. Oh. Hoppla. Tut mir leid. Was ist denn jetzt? Ich hab Mause gesch... Ich hab nichts gemacht. Ja, ich hab's. Ich hab eben auch im Buch verbrätet, hätte ich mal gesagt. Versetzt. Aus Versehen. Ein liebevoller Knuff. Ja. Liebevoll geschlagen. Ich hab nämlich auch verrottetes Fleisch ganz viel. Das kann da nämlich mit rein. Das kann da mit rein. Ja, so langsam kommt Ordnung rein. In der nächsten Folge räumen wir, glaube ich, weiter auf. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich brauch weiter in der nächsten Folge. Gut. Diese Folge ist vorbei. Wir bedanken uns für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.